Die Teilnahme an der Sendung Let's Dance bedeutet Laura unglaublich viel. Anders als die meisten Stars, die da mitmachen, will sie nicht nur ins Finale, sondern sie möchte den Leuten etwas beweisen. Viele Stars nutzen die Sendung, um bekannter zu werden, doch Laura möchte zeigen, dass sie eigentlich ein extrem netter Mensch ist. Sie sagt in dem Interview folgendes, Ich hoffe, dass die Leute einfach sehen, dass ich eine ganz nette bin und mich in mich ja verliebt habe und nichts Schlimm daran ist, dass wir ganz normale Leute sind. Ob ihr das Ganze gelingt und sie nach der Sendung beliebter ist und auch netter wirkt? Wir sind gespannt. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, dann abonniert doch einfach Check the Celeb. Schreibt mir eure Meinung über Laura gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis dann!